hallo leute jetzt möchte ich euch erst mal zeigen wie schlecht man doch manchmal schießen kann also das ist wirklich hier keine meister leistung das liegt jetzt hier nicht nur an dem komischen hügeligen gelände dass sie diese dickhorn wieder und dickhorn schafe ist jetzt egal was ihr da erwischt wenn sie da hier sich so blöd anstellt das ist ja schon fast peinlich da kriegt sie ein paar jacken geschenkt und dann kann sie nicht mal richtig treffen ich glaube sie muss mal wieder auf den schießstand damit das ganze wieder besser ausschaut wir machen hier videos und da sollte sie sich ein bisschen zusammenreißen also hier zwischen blackwater dieser puma location manzanita post also bei tor trees in der nähe da könnt ihr durchaus diese wieder finden da wo jetzt gerade der zeiger lang gefahren ist da gibt es etliche wieder dort könnt ihr die erwischen also wenn ihr euch auf dem weg zur manzanita post macht und jetzt lässt sie noch das fell liegen das ist doch schon richtig fast arbeitsverweigerung also ja da hinten ist noch das zweite dickhorn schaf aber trotzdem kann man doch das fell auf den auf dem pferd davor staunen das manchmal verstehe ich sie ja nicht was sie hier macht aber sie hat ihren eigenen kopf und da muss ich sie gewähren lassen weil sonst tritt sie wieder in den streik wer meine älteren videos kennt der weiß sie hat schon mal gestreikt gehabt und ich bin halt auch abhängig von meinen spielfiguren wie sie hier agieren und mir helfen aber ich werde das nächste mal dickhorn wieder glaube ich mit der xbox versuchen und jetzt tut sie wieder das fell auf das fährt das ist ja wenigstens was und zum ausklang habe ich euch noch hier eine längere sequenz vorbereitet weil es könnte durchaus sein dass ich hier noch ein video hinten dran hänge und dann können wir zumindest das video also die video vorschläge dann ein wenig besser betrachten weil es ist ja immer so dass wenn hinten eine karte sein sollte und ich hänge da videos hinten dran und dann stört das ein bisschen verdeckt teilweise die karte und so und deswegen versuche ich manchmal hier irgendwie längere sequenz hinten dran zu bauen um halt videos unterzubringen ich sag erstmal ciao